Natürlich wird nochmal kurz zwischengespeichert, weil wir kennen ja EA, dass EA öfter gerne mal, gerade der FM auch abstürzt, deshalb, ja, safety first. Das wäre auch ein origineller Name. Ja. Eintracht Frankfurt, das simulieren wir jetzt auch noch schnell durch, das hängen wir auch noch hinten dran. Ja, Revie schaffen wir mindestens, das wäre, glaube ich, okay von der Spielstärke her, oder? Du meinst, ja, wir sind gar nicht so weit auseinander, finde ich. Ja, deshalb meine ich ja, ein Revie schaffen wir mindestens, das heißt, wir dürfen nicht verlieren. Alles andere wäre okay. Okay, hauen wir es raus. Albumir sagt, ein Revie schaffen wir. Na klar. Na klar. Ja, wir haben die Mannschaft jetzt aber überhaupt nicht mehr, wir haben es eins auch so weiterlaufen lassen, ne? Ja. Schau, guck an, zu wohl. Danke, ja, ich habe mich noch auf meine Mute-Taste drücken wollen, aber es war zu spät. Entschuldigung. Und trotzdem, Chris Wood, Le Klopdi, da steht zwar mit Kopfball, aber wir wissen ja alle, was das heißt. Wir wissen alle, was das heißt. Niedermeyer. Schauen. Ja, wobei, mit dem Kopf kann er es ganz gut. Der wirklich mit dem Kopf. Ja, hat er schon öfter getroffen, das sieht man manchmal auch an seinem Kopf. Dass er da schon öfters irgendwie einen Ball dagegen gekriegt hat. Nein. Tolle Sache. Das hätte man vielleicht doch in 3D simulieren sollen, aber wer weiß, wie es dann immer ausgeht. Dass du die Sachen mit den 3D-Spielen. Ich glaube, 3D-Spiele gehen immer ein bisschen mit weniger Toren ab. Aber, ja. Das nächste wollen wir auf jeden Fall simulieren. Das ist gegen einen viel schwächeren Gegner. Wir wollen nämlich mal so richtig die Tore prassen sehen. Ich weiß jetzt schon, jetzt wo ich das sage, dann werden kaum Tore fallen. Mageres 1 zu 0 wieder durch Morata in der letzten Minute. Aber der Spielstand gefällt mir jetzt schon sehr gut. Ja, doch, kann man lassen. Mir wird nur gerade so oft das Frankfurt-Logo eingeblendet. Nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich nicht möchte, dass sie da noch rankommen. Ja, aber jetzt haben wir wieder einen Eckball und der ist zumindest auch nicht schlecht von der Anzeige oben. Die Tordifferenz ist gerade gleich mit dem HSV. Knapp übers Tordreieck. Wenn wir da jetzt noch eins kriegen, dann rutschen wir wieder auf den sechsten Platz ab. Dabei können wir den fünften noch halten. Ja, aber das, ich glaube zur Halbzeit, ne, wobei wir sind, da haben wir es gesagt. Abstöße von Sven Ulrich haben heute eine Streuung wie eine Schrotflinte. Das klingt schon mal super. Ah, der HSV hat gewonnen, deswegen gerade ein ärgerer Push auf Platz 2 in der Tabelle. Ja, wir haben zum Glück ein Tor nicht, oder Frankfurt hat das Tor nicht anerkannt bekommen wegen Abseits. Von einem Österreicher. Ja. Den haben wir in der Nationalmannschaft schon auch mit dabei, oder? Ja, den haben wir letztens spielen lassen. Stimmt, ja. Erwin Hofer. Vorbeizugehen, wollen Sie ihm etwas zurufen? Festhalten. Ja, weil wenn er durchläuft, macht er bestimmt das Tor. Ja, und so. Wenn wir festhalten, kriegt zwar ist er keine gelbe, aber, ja, besser so als ein Tor. Ja, alles so. Mann, jetzt lag mal vor allem vorne. Blödes, dreckiges Spiel. Du musst echt immer speichern, das ist so traurig. Mh, traurig. Traurig. Aber du hast vor dem Spiel ja jetzt schon gespeichert gehabt, ne? Einfach so. Ja, das stürzt ja alle zwei Spiele ab. Ja, das ist einfach nur ärgerlich. Ja, das ist einfach nur EA. EA! So, dann auf ein neues. Die Mannschaft darf nicht verlieren. Wir probieren es jetzt noch einmal nachdem, ja, wir wieder einen netten Absturz hatten. Vielen Dank an die Leute von EA. Ja. Schönen Gruß an der Stelle. Und wehe, das Ergebnis ist jetzt ein anderes wie vorher, wo wir abgestürzt hatten. Das, ja, das... Da stand es 2-0. Ja. Nur zum Protokoll. Ich kann es ja auch gerne nochmal reinschneiden. Ja, schön, aber gut. Im Moment sehe ich zumindest nur unser Symbol oben. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Sage ich aber auch gleich vorweg. Wenn ihr das Spiel nicht seht, dann liegt es dran, dass wir verloren haben und wir das ganze Spiel dann nochmal gemacht haben. Mitrollen lassen wir uns auch nicht von EA. Ne, das Spiel wird auf jeden Fall ein Sieg. Also zumindest, sagen wir mal so, wir müssen es zur Halbzeit führen. 2-0. 2-0. Wenn es dann in der zweiten Halbzeit anders ausgeht, okay. Dann haben wir irgendwas verbockt. Aber das sollte schon... Ja. Das heißt, wir werden jetzt immer wieder das Neue starten. Ich meine, selbst wenn wir jetzt führen sollten, drei Halbzeit mit 1-0 oder so und dann nochmal verlieren oder unentschieden spielen, nein, das wird nochmal von vorne. Da sind wir doch unseren EA-Freunden schuldig, oder? Das haben sie damit erreicht. Ich weiß ja auch nicht, ob sie wollten, dass wir es immer wieder neu starten. Und den Anfang, vielleicht haben sie da irgendwie werbewirksam irgendwelche Sachen platziert, dass wir es immer wieder angucken müssen. Ja, vielleicht muss man bei irgendwas zahlen, monatliche Gebühren dafür, dass man keine Abstürze hat. Oh, was ist denn da schon wieder los? Oh, nee. Hat sich die Zunge verletzt. Uiuiui. Zunge angerissen. Ja, den Zungenmuskel-Außenband hat er sich gerissen. Das wäre so ein paar, so ein Motiv, um neu zu starten. Ja. Ja, vor allem, ich glaube... Da fällt ein Riss, der fällt länger aus. Ja, definitiv. Da könnten wir jetzt deine Ding vom letzten Mal aufnehmen. Du, ich glaube, wir brauchen einen neuen Stürmer. Oh, Mann. Sehr unkonzentriert ist ja zum zweiten Mal. Läuft definitiv nicht wie in dem Spiel davor. Yay! Da haben wir nämlich eigentlich nach... 20 Minuten? Ja, sowas. Haben wir 2-0 geführt. Ja. Ach ja. Aber es soll irgendwie ja nicht sein. Scheinbar. Die Mannschaft muss gewinnen. Hauen wir das nochmal raus? Ist ja egal. Willen wir verlieren? Machen wir es einfach nochmal. Pah, dann erkennen wir nichts. Nein, ihr wisst ja, ihr kennt unsere Prinzipien. Eigentlich laden wir nicht nochmal neu. Ja. Aber wenn wir eigentlich schon geführt haben und EA dann einfach meint, nee, die dürfen heute nicht gewinnen. Ja, das kann es ja auch nicht sein. Habt ihr auch gerade gesehen, es haben sich schon sehr viel in der Mannschaft verletzt und wir haben nie neu geladen. Das ist uns einfach wichtig, dass wir da einfach immer wieder weitermachen. Aber alles lassen wir auch nicht mit uns machen. Schon gar nicht von EA. Gut, ich denke, wir werden es jetzt auch keine 10 Mal laden, bloß damit wir hier jetzt 2-0 zur Halbzeit haben oder so. Aber ja, wir werden es zumindest, wenn alles schief geht, so wie es im Moment gerade aussieht, zumindest teilweise, lassen wir das nicht einfach auf uns sitzen. So rum. Da ja über rechts. Oh, hat er vor Trab? Ach. Schade. Klappt noch nicht zurecht. Nee. Das neue Laden hat uns so ein bisschen das Genick gebrauchen. Ja, und klar, bei Wood den Außenbandriss, schon klar. 60. Minute und noch nicht wirklich viel passiert, muss man sagen, außer 2-3 Chancen, die aber alle mehr oder weniger vergeigt wurden. Ja, alle durch unkonzentriertes Handeln. Also, wollen wir auswechseln? Sollten wir, glaube ich, langsam mal. Ich meine, Morata ist ja jetzt leider zu früh gekommen eigentlich. Das war ja anders geplant. Heinei hatten wir letztens ausgewechselt, können wir ja auch sagen. Und wen hatten wir noch? Wir hatten in der Verteidigung, weil Escudero gelb hatte. Ja, das... Gut, wir können Martins aber rausnehmen. Indien statt Saskia. Ja. Und keine Ahnung, wen haben wir denn noch? Das war es dann eh schon. Achso, ja. Den hatten wir schon mit Morata. Stimmt, mehr können wir gar nicht. Sakai muss jetzt halt gucken, dass er keine gelb-rote kriegt. Ja, der auch gelb, aber... Ja, da muss er jetzt durch. Die letzten 20, knapp 20 Minuten. In der Hoffnung, dass wir noch eins machen. Schön wär's. Im Regen? Ja, das ist doch eigentlich Haus- und Hofwetter hier. Ne, im Moment ist es gerade eigentlich eher Schnee, aber gut. Andere Geschichte. Erwin Hoffer, unser Österreicher. Ja, Freistoß, gefällt mir auch nicht. Trifft harte, platziert sich die Rechte. Das ist eher schlecht. Das spricht wohl für Neuladen. Ja, jetzt kann man eh sagen, was wir wollen, weil ich glaube nicht, dass wir noch zwei Tore machen. Weil selbst wenn wir jetzt noch eins machen, bin ich immer noch nicht... ...zufrieden. Ne. Tut mir leid. Selbst wenn Niedermeyer jetzt noch ein Tor schießt. Ja, tut er aber nicht. Natürlich nicht. Ach ja. Ist das nicht schön. Vielen Dank, liebe EA-Leute. Ich glaube, das musst du irgendwann mal in die Special-Folge reinpacken. Den Absturz und so dann erneutes Laden und drüber ablästern, wie EA mit den, ich sag jetzt mal Konsumenten umgeht. Ich plädiere jetzt auch nochmal für einen Patch. Falls es mal jemand sieht. Ja, vor allem bis es ausgestrahlt wird, ist der bestimmt schon längst installiert und schon längst... Ja, ich sag dir, der Patch ist dann Fußball-Manager 14. Ja, das Update. Die Fans strömen jetzt im Massen zum Ausgang. Tja. Ja, wie viel waren es denn insgesamt eigentlich? Die Fans von EA auch? Wie viel waren es denn insgesamt? Fans von EA? Nicht viele? Nee, von EA. Das ist klar. Wir sind jetzt quasi aufs Frankfurter Niveau abgesunken. Da unten. Ich würde sagen, da stellen wir trotzdem hoch. Die EA-Leute-Folge? Ja, als kleines Special. Wir haben ja eh nochmal quasi, wir können ja auch in der gleichen Ding nochmal anfangen. Ja. Dadurch, dass wir ja sowieso nochmal anfangen müssen. Ich hoffe, dass mit Bokas Ding ist gespeichert. Den wollen wir loswerden, ja. Weil wenn nicht, dann kriege ich eine Vollkrise. Nicht nur, dass wir dann das Spiel nicht geworfen haben, aber müsste eigentlich, weil wir haben ja neu geladen. Ja, ja. Naja, das ist um. Das ist im Kasten. Auch gespeichert vor allem. Ja, das wäre super ätzend. Wenn wir dann noch nicht mal Bokar verkaufen könnten. Nicht mal Bokar. Ja, weil den kriegen wir sonst nie wieder los. So hart sich das anhört, aber es ist so. Der ist halt auch schon, keine Ahnung, fast 30. Der alte Sack. Ja. Okay, na dann machen wir mal an der Stelle einen Cut und probieren das Ganze gleich nochmal mit Eintracht Frankfurt. Auf ein neues. Auf ein neues. Und danke, yay. Yay. So. Stuttgart gegen Frankfurt. Yay. Yay. Wir probieren es auf ein neues. Ja. Ich sag jetzt gar nicht mehr zu viel, weil sonst entweder rege ich mich dann nur noch auf oder es passiert nur noch was Blödes. Das wäre so klassisch. So, mal gespannt, wie es diesmal läuft. Wird unser Account doch noch gesperrt? Ja. Wer nicht weiß, was ich meine, kann sich einfach mal unsere WeLove.EA-Folge anschauen. WeLove.EA. Die auch in der, wo ich es nenne. Ja, das können wir dann zum Valentinstag, können wir das dann ausstrahlen. So, Indy hat diesmal gerettet. Das sollte ihm doch zumindest mal eine bessere Note geben. So, aber so richtig viel läuft hier auch noch nicht. Voller Körper einsatz. Boah, du Sau. Na gut, wenn du schon ein Schwengler hast. Ja, ich bin mal gespannt. Relativ ungenau. Ich hoffe ja, dass das dazu beiträgt, dass der weggeht. Ein Tor? Das wirklich schwierig zu erzielen war. Oh, nee. Oh, nee. Das geht ja schon wieder super los. Auch wenn es vom Österreicher war. Der darf das nicht machen. Der kann das für uns machen, aber nicht gegen uns. Der hätte das einen Spieltag früher oder einen Spieltag später machen können, aber nicht jetzt. Der wird gleich das Mist von der Nationalmannschaft. Ja, wir haben bestimmt andere Stürmer, die wir spielen lassen. Nein, aber egal. Notfalls machen wir halt einen mit Fragezeichen, den wir vorne reinstellen. Genau, irgendeinen ungescouteten. Allein zum Trotz. Dass diese Torhüter und diese kleinen Mannschaften aber immer gegen uns auch irgendwie über sich hinaus wachsen müssen. Echt? Frankfurt, bleib bei deinen Leisten. Ja. Bleib bei deinen Banken. Die einzigste Skyline Deutschlands kann ruhig auch bei seinen Banken bleiben. Brauchen wir jetzt hier nicht noch... Mehr Banken? Nee, oder? Schön. Ja. Das kann man eigentlich gleich in die Tone treten, oder? Ich habe vorher irgendwas gesagt mit von wegen, wir werden sie jetzt nicht zehnmal laden. Ich glaube, werden wir schon. So, wenn es so weiter geht. Eins zu drei. Das klingt super. Toben. Toben, Ruhe bewahren. Beides, bitte. Ansprache, fehlgeschlagen. Ja, du mich auch. Ihr wollt Pocker haben, könnt ihr in der nächsten Folge. Ja, Benzia hätte drei Tore erzielt, wenn wir diese Folge senden würden, beziehungsweise im richtigen Let's Play. Ja. Das wird wohl nichts, ne? Mit dem Senden. Ach, ja. Wohl aber mit dem Sieg. Und wenn es das Letzte ist, was ich heute mache, was wir um zwei Uhr früh aufnehmen. Völlig egal. Allein, um es EA zu zeigen, ha, wir können doch gewinnen. Egal, was ihr tut. Genau. Egal, wie oft ihr uns abstürzen lasst. Ich bin mir sicher, wir hätten dieses Spiel gewonnen. Wir waren da so dominant und von Frankfurt kam gar nichts. Überschaubar wenig, sagen wir mal so. Ja? Können wir auch gleich noch ins Special dran packen. Ich bin gerade richtig geladen. Ich bin gerade auf diesen tollen Theft Academy ent Vill, auf dem dannnenehmann. W